Hallo und herzlich willkommen zum Power-Kurs Russisch der Speed Learning Academy. Mein Name ist Sven Frank, ich bin Inhaber der Speed Learning Academy und werde dich durch diesen Russisch-Kurs hier begleiten. Es gibt im russischen Alphabet 33 Buchstaben und zunächst zeige ich dir anhand der Grundlagen des Speed Learnings, wie du die Zahlen 1 bis 33 mit Symbolen verknüpfen kannst, um anschließend schneller die Buchstaben zu lernen. Prima, dann lass uns starten. Die 1 assoziieren wir mit einem Baum, weil der Baumstamm aussieht wie der senkrechte Strich bei der 1. Die 2 assoziieren wir mit Zwillingen, weil Zwillinge immer zu zweit sind. Die 3 assoziieren wir mit einer Kuchengabel, weil sie drei Zinken hat. Die 4 assoziieren wir mit einem Auto, weil es vier Räder hat. Die 5 assoziieren wir mit einer Hand, weil die Hand fünf Finger hat. Die 6 assoziieren wir mit einem Würfel, weil er sechs Seiten hat und man eine Sechs würfeln kann. Die 7 assoziieren wir mit einem Zwerg, weil es bei Schneewittchen sieben Zwerge gibt. Die 8 assoziieren wir mit einer Achterbahn, weil sie aussieht wie eine Acht. Die 9 assoziieren wir mit einem Regenschirm, weil der Griff des Regenschirms in vielen Fällen geschwungen ist wie eine 9. Die 10 assoziieren wir mit einer Bibel, weil in der Bibel die 10 Gebote abgedruckt sind. Schauen wir mal, ob du die Symbole zuordnen kannst. Die 1 assoziieren wir mit einem Baum. Die 2 steht für Zwillinge. Was assoziieren wir mit der? 3 eine Kuchengabel. Kommen wir zum nächsten. Die 4 verknüpfen wir mit einem Auto. Weiter geht es. 5 die Hand. Nummer 6 der Würfel. Was verknüpfen wir mit der 7? den Zwerg. Wie sieht es mit der 8 aus? Die Achterbahn. Jetzt noch die 9. Der Regenschirm. Und welches Symbol steht für die 10? Die Bibel. Ganz richtig. Damit hast du die erste Grundlage des Speed-Learnings jetzt gelernt. Falls du noch nicht alle 10 Symbole jetzt, in denen du von 1 bis 10 zählst, abrufen kannst. Vorwärts, rückwärts und durcheinander. Schau dir dieses Video noch einmal kurz an. Solange bis du wirklich die Symbole zuordnen kannst. Und dann gehe ich zum nächsten Teil weiter. Und dann gehe ich zum nächsten Teil weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hier ist es.